1 Heyo Leute, Willkommen zu einer neuen Folge von Play Unowns Battlegrounds mit dir bei Bivorius Heyo Der ist doch sicherlich bewusst, weil Bivorius und so, Bewusstius, keine Ahnung, ich wollte einen schlechten Wortwitz bringen, aber richtig hart gefehlt und der Squad ist mit dabei Hallo Wir gehen hier auf diese rechte Häusergruppe mit diesen vier geilen, in einer richtig geilen, äh, Kurve angeordneten Häusern Also ich geh gerade auf die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ich geh auf die 150 zu Ich geh auf die 7 zu Ah fuck, nein, ich bin genau neben's ausgefüllt Ne, ich bin auf dem Dach Okay, alles klar, ich bin einfach hochgebackt Und kann schon wieder rage Du bist, wir sind, Moment, hä? Wir sind gesplittet Aber nur minimal In Dreier-Teams Also, in einseitigem Moment Keine Waffe erstmal, das ist, ach doch, da ist ein Leckner-Revolver-Munition Ich wollte da auch eine Munition gefunden, das ist doch Mobbing Erstmal Reload Waffe Alter, musst du jetzt echt jede einzelne Revolver-Munition da rein tun, du übel, ne? Dafür ist er halt relativ stark Ich bin jetzt im Badezimmer Junge, wenn ich die auspacke Du meinst dann Aber hat eine sehr hohe Nachleide-Zeit dabei? Meine Woller, ja Aber die Nachleide-Zeit sind die ganz Sehr schön Das ist toll, ne? Wir sind rumalberndet immer, gut Ein Wangenpolster, mmh Geh mal ins nächste Mal aus Wenn ich dir wieder Cockshel- Oh, sorry Jetzt lacht keiner, oder was? Nein, man war scheiße Ich hab kein Wort verstanden Was hast du gesagt? Ein Wangenpolster, wenn ich dir wieder Cockshel ergib Alter, ich hab Ich hab einen Erste-Hilfe-Koffer Ja, den brauchst du dann auch Ich hab einen Helm Ich hab nochmal einen Helm, Tier 2 Ne, Tier 1 Mein ist auch Tier 3 Ich hab noch einen Helm Ist auch so ein Tier 3, ne? Energy Drink Tier 3 Ich verteile, dass man nicht Duel Äh, mit zwei Pistolen spielen kann Duel-Bereiter-Soldat irgendwie lustig Das war halt echt geil Hier 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 sind die Handschuhe, so geht's nicht mehr Alles klar Ja, das machen die Leute, weil sie schon eingeschlafen sind Alter, hier ist doch einfach gar nichts Badezimmer sind immer die besten Sachen 9mm Junge Pistolen, ich Okay, hier ist auf jeden Fall mal eine Scar Die ich nicht mitnehmen werde Ich hab eine Pistolen gefunden Ich hätte gerne eine Scar, Mann Ich hab gar nichts hier noch verbannt Okay, dann nehme ich die Scar mit Auch noch gar nichts gefunden Außer eine Schrotflinte und eine Muni Ich hab nur Pistol Eine Pistol-Pistole Aber ich geh jetzt in ein großes Haus Da würde ich wahrscheinlich was finden Also ich hab halt alles schon Ich hab einen Helm, ich hab eine Weste Ich hab alles Treffen wir uns in Bei einem von euch Ich hab auch alles außer Waffen Ich bin halt echt am Arsch der Welt Und ich mach so Scroll rüber Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist Ich mein, ich bin hier Sonst nix Ich hab hier leider auch kein Auto oder sonst Ja, ne, da ist ne Geil M4 Nice So wie deine Schrotflinte Aber dich nur sogar Munition Ist aber nett Rotpunktvisier liegt sogar noch dabei Verbandszeug liegt dabei 30 Schuss habe ich in meiner M4 Läuft Na, da bräuchte ich noch Schöne Rucksack Äh, Leute Es ist tatsächlich sogar besser Wenn wir zu mir gehen Wegen der Zone Wegen der Zone Zone, Juni Oder was? Ja, komm, dann gehen wir mal zu ihm Ich guck mal, ob ich mir Ich fotzen Munition, weißt du Und keiner davon passt in mein Arschloch, ey Ah, der Typ ist Der Typ ist echt durch Um die Uhrzeit Autokonier Ich würde mal gerne wieder gebankt werden Bang, bang, bangly bang Sag a bang, bangly bang Kommst du, Squally? Ja, ich bin unterwegs Squally klingt voll lustig Fast wie Wall-E Nur, dass du keinen Müll sammelt WALL-E Qually's Squally Klingt voll lustig, ohne Witz Vielleicht ist er einfach nur ein Messi Auf jeden Fall Damit meine ich nicht den Fußballspieler Doch, Lionel ist mein Vorname Ah, so wie die Wurst, oder? Lionel Lionel Messi bin ich Du Wurst, und was laberst du? Kennst du nicht? Also ja, okay, das gibt es glaube ich nur Richtung Bayern Das ist eine Lionelwurst Oder Lionelwurst Ja, Lionel gibt es ja auch So eine Gelbwurst ist das Hä, Lionel gibt es überall auf der Welt, Alter Du bist eine Wurst, Junge Das nennt sich Gelbwurst 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 Wurscht immer nicht so rum, Junge Ist mir Wurst Warte, ich habe einen Schalldämpfer Ich habe einen Einen Rotpunkt Das ist schön Hier ist nochmal eine Ska Und eine M4 Oh ja Einen Ska schiebe ich mir jetzt erstmal richtig hart in den Hintern, ey Das ist sehr gut M16 Das ist sehr gut, ja Das ist sehr gut Ja, M416 Brauchst du irgendeinen Scope oder so weit? Hab ich Danke Bidee Hast du was für vorne drauf? Hallo Alter, verreckst du fast Tut mir leid Sehr gut Oh, hier geht eine Tür raus Du weißt, was ich meine Ja klar, wie ein Gummi Serious Be serious, mate Okay, shut the fuck up Alles klar, hier steht einfach ein Typ rum Knapp ich jetzt einfach mal ab Gekillt? Sag mal, Junge, gönn dir richtig hart, ja Übrigens ist mal eine Smoke ausgerechnet Habt ihr das jetzt angezeigt gekriegt, dass ich den getötet habe? Wir sollten mal loslaufen langsam, ne? Ja, Leute, ich habe einen Car hier Ja, dann kommen wir in den Car River, Junge Ich habe gerade einen Dann fangen wir zu Carglass Carglass repariert Carglass tauscht aus Ich habe einen gerade richtig schönen Hattie gegeben hier Ja, geil Oh, hier geht es weiter Oh, hier geht es weiter Deiner Pistol Hohohoho Was? Was? Es hat... Es ist halt richtig gut aufgeklatscht Habt ihr das gehört? Nee, aber gesehen habe ich Ja, hier war kein Verwandtskasten mehr, ne? Na komm, wie gehts? Wollen müssen wir denn überhaupt? Ja, alles klar Ach, Dün Einfach geradeaus Nee Nein, nach... Osten Sag ich doch Osten Ach hier, die Straße hier ist gut Ja, super Nie ohne Seife waschen Lass mal Richtung... Richtung... Ja ungefähr da fahren Und dann vor dem Hügel, der nachher kommt Kurz anhalten und mal rüber gucken Das ist nämlich eine Häusergruppe Flipp die Karin, ich bitte Flipp CD Easy was? Also wir sind auf jeden Fall mit drin Und wir sollten trotzdem nochmal Richtung... Ja... Alter Alter Fahr mal hier über den Hügel hier links Geradeaus Irgendwo da Lass mal über den Hügel gucken in die Häusergruppe Das ist bestimmt einer dritten Junge Bist du ein Stück Kot? Produktivster Mitspieler EU West Von ganzer Welt Lass mal hier... Nein, ich will doch noch nicht rüber fahren Dann lass es hier hinter anhalten bitte Und... Fahr einfach auf den Berg hoch Aber hier ist nichts Vorsicht, hier ist geöffnet Vorsicht, 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 Vorsicht Dann raus hier Ich bin angeschossen Nein Wir wurden... Weil das Auto noch gerollt ist Ihr hittet Stimmt Alles klar Wie sehen wir das Haus? Lenker Seite clear Ich glaub hier liegt noch eine Schrotze drin Die nehm ich mit Ach ne, im Normaler Falls einer kann Normaler Helm Hat jemand oder? Habt ihr die Tür offen gelassen? Ja Ja Okay Brauchst du noch nen Scope? Squall? Ne ich hab nen Red Red Dot Wieso ist hier eins offen aber der Rest nicht? Das verstehe ich nicht Kann es ja auch sein, dass die Türen manchmal offen sind? Ganz selten Ganz selten ist meine Tür offen tatsächlich Dankeschön für dein Abo Wer auch immer du mir gerade geabonniert hast Finde ich gut Ihr auch dann gleich automatisch mich aber nachabonniert Naja und da natürlich auch mich gar Ja Und Sascha nicht Bitte nicht Bitte nicht Oh nein bitte nicht Oh nein bitte nicht Oh nein Ich weiß auch nicht warum ich das gerade gemacht hab Alter Junge Alter Junge Ich hab' geworfen Ich glaub's war ne Smoke Ja ist tatsächlich ein Smoke Alter das Smoke Das Smoke Smoke Junge was macht man jetzt cooles Das Smoke ist voll seltsam Mich find ich uns hier grad relativ relativ cool Mokey du musst mal warten oder? Mokey du musst mal warten oder? Mokey 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 Süden auch. Süden hat es gerade Bummen gemacht. Sieht aus, guck nicht gerade. Das müsste Bombensohn sein, ne? Ich renne mal ins nächste Haus weiter. Vorsicht, hier ist eine Auto. Eine Military Car, hier ist es auf. Vorsicht, bitte. Alles klar, ich habe eine Schrotflinte gehabt. Cool. Ich bin obendrin auf dem Military. Hier ist ein Molotow. Hier ist noch eine Schrotflinte, falls ihr braucht. Rechtes Haus ist auch offen, aufpassen. Sehr pokal eine Bewegung in den Windows. Ja, manchmal hängt sich Windows halt auf. Boah, Alter. Boah. Ihr habt eine Vierfachsuche. Nice. Ich habe eine Blendgranate. Ich gehe dann hin. Pistel, Munition, Munition, Munition. Ammunition. Ich glaube, das hat noch niemand geloadet hier oben. Oh, Bärle Stiefel. Hallo. Hallo. Wir haben eine gute Zone jetzt. Guck mal, direkt vor uns. Ja, komm, wir können das Auto gleich benutzen. Wir können noch hierbleiben. Wir können warten, bis die aus den anderen Zonen kommen. Weil da werden noch welche kommen. Linke Seite, linke Seite. Ich sehe jemanden. Oh. Das ist links. Äh, warte. Kompass. Nö. 200. 200. 200. Hinter dem Stein. Genau 200. Ja, kein Vierversucher. Ich kriege einen Vierer Zoom. Genau, ein bisschen weiter links als 200. Aber das ist so ein Stein. Und dahinter versteckt sich einer. Ich habe halt nicht so viel Schuss auf meiner M4. Ich habe noch keine zweite Waffe gefunden. Schießt ihr? Was habe ich denn hier? Sichel, Alter. Oh, Junge. Ja. Sichel. Ja, das ist mit. Das ist auch mit. Mach mal Stiefel. Habt ihr den hinten hin, ne? Naja. War zu weit weg. War der nah dran? Weit weg? Achso. War ziemlich weit weg. War wirklich schon ein gutes Stückchen weg. Problem ist halt, dass ich wirklich nicht mehr so wirklich Munition habe. Komm, lass uns... Wollen wir erstmal kurz hierbleiben beim Haus? Ne, lass dir weiterfahren. Komm. Lass nicht fahren, Junge. Ich will nicht immer fahren. Aber wir können eh nicht fahren. Das ist jetzt das letzte Mal alles schiefgegangen. Oh, Pussy, Alter. Ähm, das Haus gegenüber von uns ist geschlossen. Das ist sehr, sehr... Obvious. Obvious, ja. Läuft mal im Zickzack zu dem Haus hin. Äh, machen wir das da drüben? Pass auf, da auf der rechten Seite war auf jeden Fall der Typ, gell? Und da schießen sie hinterm Berg. Das heißt, große Fenster da oben ist übel. Ich renne jetzt einfach mal rein. Bin hinter dir. Ich auch. Ich renne rein und schaue direkt nach links. Ja, warte, bleib davor stehen erst kurz. Lass uns das Watt-Team-mäßig machen. Rechte Tür ist offen. Rechte Tür ist offen. Unten sehe ich nichts. Unten das erste Mal ist Clear. Unten Clear. Ich nehme mir mal schnell den Energy Drink. Tür zugemacht. Oben Clear. Erster Stock Clear. Zweiter Raum. Clear. Wenn man holographisch ist. Nice. Ich hatte trotzdem gerne noch irgendwie einen ARCOG oder sowas. Ja, komm her. Hast du eins noch übrig? Übrig jetzt nicht, aber ich brauch's den hier unbedingt. Nee, komm, weil ich hab einen Red Dot und spiel ich weiter mit dem Red Dot. Ja, ich hab auch Red Dot. Hier, nimm. Alter. Der BW, der gönnt mir immer hier. Echt ein Gönner, ne? Ja, mit dem kann ich halt aber auch echt besser schießen. Muss man halt schon sagen. Aber mein M4 hat trotzdem nicht mehr so wirklich viel Munition. Der ist ja wieder ganz safe hier, ne? Es wird 100 pro noch einer aus der Richtung kommen, wo Wilhelm kam, kam. Komm, Moment. Komm, 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 komm. Ja. Passiert. Anspannung. Ich guck gerade mal, ob ich den Penner danach sehe. Boah, der muss übel pinkeln. Alter, nicht witzig. Ja, weil, wie du das halt einfach gesagt hast. Und ich muss übelst pinkeln. Ja, ich muss sagen. Junge. Kannst du so geil rausgucken aus dem Bad, wo ich drin bin, ne? Der Hammer. Alter, dann pisst du was mal ordentlich. Nimmt eigentlich, ne? Wird's pinkeln gehen, oder was? Ja. Nein, Junge, ich geh jetzt nicht. Ich zieh das jetzt durch. Ein wahre Soldat muss leiden. Also die... Worauf ankommt. Die Ding ist da. Aber ein wahrer Soldat muss auch mal pinkeln. Zitat des Tages. Das muss ich twittern. Habe ich kurz Zeit, das zu twittern? Ja, habe ich. Das muss ich zitieren. Zitat des Tages. Ein wahrer Soldat muss auch punkten. Äh, punkten. Bumm. Warte. Jetzt warst du zu spät für mich. Oh, herrlich. Ich leg mir erst mal schlafen. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Der Dart muss auch mal pinkeln. Okay. Team Stitten, like. Los. Da robt er raus. Gut zu sagen, wir gehen mal zu der Anhöhe. Ja, wir gehen einfach jetzt hier über den Berg. Komm, hier. Straight hoch. Schießen sie, ne? Hinterm Berg. Das ist okay für mich. Bei der Häusergruppe. Bei der Häusergruppe links von uns schießen die. Wenn wir da über den Berg gehen, können wir die vielleicht abfangen. Ja, komm. Hier hinter die Bäume. Ja, Bevo, komm mal rüber. Ich gehe mal ein bisschen Abstand von euch. Okay, ich nehme den linken Baum, du den rechten Baum, okay? Ich guck. Ich guck rechts oder links, okay? Okay. Weil der Airdrop ist da hinten. Wo ist der Airdrop? Nicht so weit weg von uns, so ungefähr... Biro? Zugriff? Kibi? Langsamer. Ich stürme das rechte Haus, okay? Rechtes Haus. Ja, erstmal das sichern, dann Überblick verschaffen. Äh, wir müssen einmal kurz um den Zaun rum. Jetzt. Versuch mal den Airdrop im Auge zu behalten gleich. Hier waren definitiv Schüsse, wenn nicht ganz kurz hier hinter. Ich mache Tür zu. Ich gehe hoch. Mach hier die Schüsse? Guck mal rüber in die Häuser-Score. Ja, mache ich schon. Bis jetzt. Okay, die Tür hier hinten ist direkt offen. Ich habe mir eine geile Jacke gegönnt, ich kann hier richtig geil rausgucken. Ja, ich habe... Ich muss mal... Ich schaue mich mal ganz kurz um, okay? Ich habe hier noch einen kleinen Rucksack. Ich habe hier noch eine Schrotze, eine Baseball-Cab. Hinter uns ein Auto. Stoppt genau bei uns. Bewege dich mal bei uns. Nee, es fährt wieder weg. Kommt selber wahrscheinlich rein. Es fährt wieder weg. Es fährt wieder Richtung 200 weg. Wir halten da an. Warte noch, bevor ihr schießt. Das ist doch schon wieder weggefahren. Ihr wisst, dass ihr euch mit Q und E lehnen könnt? Ja, und ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es gerade wieder weggefahren ist. Okay, bringt dann die Zone, ne? Die müssen wir aufpassen. Ja, ja. Ich muss unbedingt mal ein bisschen mehr Munition finden, hey, Alter. Oh ja, Alter. So, das machen wir jetzt. Um den weiter hin. Das sind keine Häuser, so wirklich. Ich würde sagen, wir gehen straight Richtung Zone. Jetzt schon? Durch die Häuser durch. Also, zumindest mal ein Stückchen weiter hin. Wir haben nicht so viel Zeit. Hier wurde die Tür zugemacht. Rechts auf dem Lüge können aber welche sein, ne? Leute, hier wurde die Tür zugemacht. Zugemacht? Bewe, ist down. Ja. Voll, kommt zurück. Geht rein, es sind zwei Leute. Auf dem Dach ist einer. Einer ist draußen auf dem Balkon gewesen. Fuck, Bewe, sorry. Ich bin tot. Headshot. Echt jetzt? Ich kann auch krabbeln. Du musst zu ihm rüber. Ansonsten kann er nicht aufstehen. Ja, ich... Weißt du, woher? Ich stehe scheiße. Ja, genau hinter mir. Nee. In den Häusern, du hast es hier gesehen. Oben. Da, genau. Unten jetzt. Links noch. Ich habe nicht keine Munition mehr. Oh, Bullshit. Neunter. Einer haben wir noch geholt. Ja, schon wieder Neunter. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, ich danke euch für's Zuschauen. Bei dieser geilen Folge von... Teilen von Battle Royale. Battle Royale. Battle Royale. Easy, Junge. Mach's gut, bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.